Ich habe die wichtige Aufgabe, Ihnen die Geschichte der Menschheit in aller Kürze vorzustellen. Es tut mir leid, immer wenn ich aufgeregt bin, kann man auch nichts mehr. Eisberg voraus. Echt? Ein Eisbär? Oh, die Klangen sind so süß. Kaiser Chinswondi wünscht sich eine Mauer. Was wollen Sie denn hier mit einem Rohr? In Berlin, ja, da kann ich mir irgendwann mal eine Mauer vorstellen, aber hier? Für mich absolut die Lösung. Bringt es uns tiefer. Seid ihr dabei? Ja, es ist doch so schön, wenn der Bauer den Esel schält, blühen auf die schönsten Dorsche. Hitler wird schließlich kapitulieren und sich vor Scham selbst das Leben nehmen. Ist das hier nicht die Planungsgruppe für die Überraschungsparty zum Führergeburtstag am 20. April? Nein. Oh! Ja, dann bin ich offiziell im falschen Büro. Fest nageln sollt ihr mich! Das tut doch bestimmt unfassbar weh. Ich habe meine eigenen Sachen. Wasser? Immer turstig? Zug zu fest oder Sonnenschutz vielleicht? Es wird leider immer häufiger beanstandet, dass wir zu gewalttätig sind. Deswegen werden ab jetzt 20% Frauen mit Brandschatzen. Frauen beim Brandschatzen? Die sind doch überhaupt nicht in der Lage. Danke, Gudrun. Praktischerweise stimmt jetzt fast die Quote. Wir kommen, mein Gott. Ja, weil sie gerade das teuerste Schiff der Welt in einen Eisberg gelenkt hat. Ja, wie? Und jetzt ertrinken wir alle ohne was? Nein, Jessica. Das ist ja ein tolles Praktikum. Das ist ja ein tolles Praktikum. Ja, wie geht es denn? Untertitelung des ZDF, 2020